Aber ja, dieses Mal scheint es zu klappen mit den Tunneln. Ich habe es nämlich in Erinnerung, dass bei meinem ersten Mal durchspielen, das mit den Tunneln verbuggt war. Also, die Gegner immer noch da durchkommen konnten, obwohl die Steine davor waren. Hat, glaube ich, mit der Zeit nachgelassen gehabt. Wahrscheinlich musste es sich erst einpendeln. Also, die ersten Wellen waren wahrscheinlich gescriptet, die wären so oder so durchgekommen. Denke ich mal. Und da kommt wieder von oben ein Angriff. Wo bin ich eigentlich gerade? Wo ist meine Keule? Wo ist meine Keule? Verschwindet! Wo ist meine Keule? Abenteuerkappe. Auf mein Kommando! Was? Wie? Geht's los? Darf ich töten? Was denn? So. Gleich haben wir die Nahrung zusammen. So, da haben wir die Nahrung. Pflop. Äh. Ne, wir warten erstmal auf die Champions. Dauert ja auch nicht mehr lange. Ja. Wo kommen die her? Also ja, aus dem Tunnel kommen noch relativ viele Gegner, ganz ehrlich. Aus dem da hinten sind es nur zwei. Und ja, man sieht noch die Handwerker hier sind definitiv schneller als die Arbeiter hier oben. Das sind die Handwerker mit ihren Spitzhacken oder die Handwerker mit den Äxten. Als die Arbeiter mit den prügeligen Stein hämmern. Aber wir kriegen unser Eisen. Wenn wir unser Eisen haben, haben wir auch unsere Soldaten. Was ist? Auch gut. Was wollen die? Die sollen weggehen! Auch gut! So, da haben wir für unsere Champions das Eisen. Bauen wir nur noch das Eisen für unsere Werft und dann ist alles gut. Sind aber ja nur 240 haben wir ja schon. Und es kommt ja immer mehr Eisen an. Auch wenn es Overkill ist, ich hole mir auch noch den Iron Peak, der fehlt. den Eisenschnabel. Ich glaube, ich kann mich bei dem Ding auch nicht entscheiden. Soll ich das Deutsch oder das Englische Wort nicht mehr merken, sondern... Beides klingt nämlich recht lustig. Der Eisenschnabel und der Iron Peak. Verbesserung fertig! Die Belagerungswerkstatt sieht übrigens cool aus. Sie haben sogar richtige Treppen und einen Rambock. Wobei Eisenhaus mit dem ganzen... Na gut, das ist ein kleines Zeltchen mit dem Haufen Steintisch drumherum auf dem Eisen liegt. So wie beim Waffenlager halt ein Haufen rumliegen. Also dasselbe in grün. Steinwerkstatt, da hängt ein Stein. Kollenschnitzer, da ist der einzige, vor allem weil der Kollen schnitzt. Und sie hat seinen Schädel ausprobiert. Äh ja. So, der Champion ist fertig geworden. Was denn? Aber zur gleichen Zeit haben wir auch das Eisen. Von mir aus! Zusammen, was wir brauchen. Für die letzten Werfer... äh Schleuderer. Das sieht echt interessant aus mit dem riesigen Eisklumpen, die sie da... ...mit sich rumschleppen. Da kommen die nächste. Verschwindert! Wir sollen weggehen. Wir sollen weggehen. Was ist passiert? Was ist passiert? So, dann würde ich sagen, machen wir hier mal kurz ein Save. Sicher ist sicher. Was denn? Was ist? Und sagt meine Arme, sie soll mir folgen. Jetzt haben wir 50 Trolle auf jeden Fall. Diese Festen sind stark, Freund. Wir brauchen Belagerungswaffen. Achtung! Was ist passiert? Geht so hoch. Verstanden war's von mir aus. Was ist? Oh, wir haben... Was ist passiert? Du hast verloren. Wo ist meine Keule? Hm? Verschwinden! Hm? Was? Was ist passiert? Was ist passiert? Was wollen wir? Wo ist meine Keule? Verschwinden! Was? Du hast wollen wir... Was? Ichplesse das ein Reihen. Was? Wie? Und am besten ein bisschen den Winkpunkt setzen. Da ist ein Drakon. Steht da einfach rum. Da ist ein... Ja. Oh. Ach, ey. Was ist passiert? Was ist passiert? Geht zu mir aus? Taktischer Rückzug erst mal und da... Was soll weggehen? Ja. Und los! Was ist passiert? Was? Wie? Was wollen die? Die sollen weggehen! Werf ich töten? Wo ist meine Geule? Verschwindet! Was denn? Was wollen die? Okay, wir kriegen einen gelben. Fangen wir aus! Das war ein Champion. Das fand ich so toll. Darf ich töten? Wo ist meine Geule? Verschwindet! Auf mein Kommando! Auf meinem Befehl! Okay, rennt einfach mal durch! Wo ist meine Geule? Die sollen weggehen! Die sollen weggehen! Also die bei der kleinen Männchen haben gegen die Champions dann keine Schlüsse zum Glück. So, hat Deko-Puppe der Schlüsse zum Gefängnis. Was? Schild erwacht! Darf ich töten? Ah, die Tore sind jetzt offen. Was denn? Oh. Der Champion ist tot. Das ist nicht so schön. Oh, wir haben aber ein halbes Level gemacht. Also ja, wir werden hier wahrscheinlich 38 oder so reichen. Warf ich?